Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu React. Heute wollen wir auch wieder was cooles machen, aber davor möchte ich mich nochmal bei GetInIT bedanken. Und zwar die sponsern auch wieder diese Folge hier. Das heißt, ich kann euch den ganzen Content hier überhaupt zur Verfügung stellen, was natürlich ein riesen Ding ist für mich. Und ja, euch quasi kostenlos Bildung geben. Und scheinbar ist meine Bildung gar nicht so schlecht. Denn ja, die meisten, nämlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben bei GetInIT, haben auch tatsächlich schon ein Jobangebot bekommen. Und das ist schon wirklich eine coole Sache. Das heißt, wir haben hier wirklich Jobs schon, die offen sind. Also tatsächlich Jobangebote an meine Zuschauer gebracht. Und ich finde das wundervoll. Ich freue mich da riesig darüber. Denn ja, das zeigt, dass ihr A, bei mir wirklich was lernt und B, dass ihr auch wirklich einen Nutzen daraus zieht und einen Job finden könnt. Ja, das ist einfach riesig und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Vielen Dank dafür an GetInIT nochmal und auch an euch, dass ihr hier meine Videos verfolgt und hier auch mitmacht und das Angebot annehmt. Und ihr seid einfach geil. Okay, gut. Sorry für das lange Intro. Wir fangen direkt an. Ja, direkt, ne? Wir fangen jetzt an mit dem, was wir machen wollen. Und zwar, wir haben letztes Mal das hier geschrieben. Das brauchen wir gerade nicht mehr. Wir wollen uns hier jetzt an dieser Komponente orientieren. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein geliebtes Freiburg eingebe, dann sehen wir, das aktualisiert sich quasi live, okay? Okay, das heißt, ich habe hier die Möglichkeit wirklich zu tippen und live zu sehen, was da quasi dabei steht. Und dieses live aktualisieren, das ist auch über React möglich. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit zum Beispiel Währungen umzurechnen von Bitcoin in Euro zum Beispiel oder von Dollar in Euro. Das ist das, was wir schreiben wollen. Was auch immer. Wir haben ein paar Fällen mal eine Übung gemacht. Da haben wir Temperatur umgerechnet. So was könnte man wunderbar machen. Oder eben auch so ein Suchfeld hier mit einer Live-Vorschau, was man alles zur Verfügung hat. Und ja, dazu wechseln wir einfach mal direkt in den Code rein. Und wir brauchen hier selbstverständlich neue Klassen, okay? Wir brauchen jetzt in diesem Fall zwei Klassen, weil wir das intelligent machen wollen. Ja, also intelligent natürlich. Und einmal wollen wir hier einmal eine Klasse haben, die sozusagen jegliche Währungseingabe erlaubt. Und dann wollen wir, dass diese Währungen ineinander umgerechnet werden können. Ihr könnt das sehr, sehr gerne erweitern. Das wäre eine super Übung für euch, wenn ich hier zum Beispiel, also wir schreiben jetzt Dollar, Euro. Es wäre super geil, wenn ich hier zum Beispiel auch noch einen Bitcoin-Rechner oder sowas reinbauen würdet. Und ja, postet mir gerne den Code in die Kommentare, dann herze ich den. Dann kommt der, glaube ich, weiter nach oben. Zumindest vermute ich das. Okay, also wir machen hier einen Currency-Input. So nennen wir diese Klasse. Sie ist selbstverständlich wieder eine React.Component. Und ja, wir haben danach natürlich einen Constructor, der wie üblich auch wieder Props benutzt. Dieses Mal verwenden wir allerdings diese Props ein bisschen und sagen hier, okay, super Props. Erstmal, das ist der Teil, den ihr schon kennt. Aber wir wollen die Props auch verwenden. Und das tun wir in der HandleChange-Funktion. Die HandleChange-Funktion, die ist dazu da, um Veränderungen zu verarbeiten. Das heißt, wenn ihr tippt, dann muss das natürlich auch irgendwie in JavaScript verarbeitet werden. Und genau das tut diese HandleChange-Methode. Und die sagt, hey, in den Props steht ein Wert drin. Das heißt, der Currency-Wert, ja, der steht in meinen Props. Und ich sage jetzt hier onCurrency, ups, onCurrencyChange. So, und das ist jetzt eine Funktion, die in meinen Props drin steht, okay? Das ist ein bisschen weird. Wir haben hier quasi einen Function-Pointer in den Props übernommen. Also wir geben, wenn wir dieses Element erstellen, einen Function-Pointer, also eine Funktion, mit an dieses Element, die dann aufrufen wird in der HandleChange-Funktion. Das ist ein bisschen weird. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze intern dann abläuft. Und hier sagen wir dann einfach e.target.value. Das wird da einfach reingegeben. Was da genau passiert, wissen wir noch gar nicht. Machen wir auch erst nachher. Und hier drin sagen wir jetzt einfach, okay, wir müssen diese HandleChange-Methode noch irgendwie aufrufen. Das heißt, wir sagen hier, this.handleChange ist gleich this.handleChange. Und das sieht so ein bisschen rekursiv aus, aber es ist eigentlich nicht rekursiv, denn wir binden dieses Element daran. Was das jetzt genau tut, ist folgendes. Wenn hier drin ein Event ausgelöst wird, dann wird dieser Event an diese Komponente hier gegeben, denn diese Komponente darf sich nur selber kennen quasi. Wir sollten hier nicht irgendwelche fremden Komponenten gerade dran binden, denn wir wollen, dass das jetzt hier intern quasi geregelt wird. So, das heißt, diese HandleChange-Methode wird aufgerufen, wenn wir ein Event bekommen. Deswegen dieses Bind. In der HandleChange-Methode sagen wir, yo, verwend doch bitte die Funktion, die ihr angegeben wird beim Erstellen. Was das für eine ist, weiß niemand so genau. Macht der, der diese Komponente hier verwendet. Das ist ein super geiler Trick, nennt sich auch Injection und wird auch relativ häufig verwendet, glaube ich, beziehungsweise wird auch, sollte relativ häufig verwendet werden, zumindest in Angular wird er das. Und ja, was wir jetzt hier drin machen, ist eigentlich nur noch Rendern. Der Rest ist quasi schon fertig. Der Rest kommt dann sozusagen dort, wo man aufruft. Und was wir jetzt hier drin noch sagen, ist eigentlich bloß, hey, ähm, ja, wir sagen, ähm, der, ähm, der Wert der Currency, Currency, den bekommen wir auch über die Props mitgeliefert. This.props. Und jetzt sagen wir hier einfach, yo, ähm, das Ding heißt Currency. So. Beziehungsweise das ist tatsächlich die Währung, die hier verwendet wird. Und hier unten sagen wir einfach noch, okay, und wie viel ist denn das jetzt, bitte? Und das bekommen wir über this.props.value. So. Okay. Das heißt, wir wissen, wie viele Euro oder Dollar wir umrechnen wollen und wir wissen, in welche Währung wir es umrechnen wollen. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch was zurückgeben und das sagen wir ganz einfach. Wir wollen ein, äh, Fieldset zurückgeben und zwar Fieldset und dieses Fieldset beinhaltet ein Input-Element. Und, ähm, ja, wir sagen jetzt zunächst einmal, was man da eingeben muss. Das sagen wir in einer Legende. Das ist eher die Legende, die ihr aus einem Atlas kennt. Das heißt, wir sagen hier, ey, ähm, gib die Menge in. Und jetzt sagen wir hier drin, ähm, bitte in folgendem, äh, in folgendem quasi angeben und zwar in Currency. Dann haben wir quasi hier drin stehen Euro in Euro. Gib die Menge in Euro an Doppelpunkt. So. Und hier drin sagen wir dann einfach, okay, Input-Feld und fertig. Und hier sagen wir, okay, der Value davon, von diesem Input-Feld ist gleich. Und hier schreiben wir dann einfach den Value rein, den wir hier oben haben, also dieser Props-Value. Und falls sich was ändert, onChange, wollen wir den Change natürlich handeln. Und zwar, ups, da fehlen die geschweiften Klammern. This.HandleChange. So, das ist quasi die Funktion, die dann den Fehler, äh, den Fehler, den Event verarbeitet oder das Event verarbeitet. Und ja, das ist eigentlich diese Funktion hier auch schon. Beziehungsweise, ja, die ganze Komponente sogar, weil wir hier quasi durch sind. Okay. Das nächste, was wir brauchen, ist jetzt das, was dieses Currency-Input-Dingens verwendet. Und hier wird es dann interessant, denn hier sehen wir dann auch, wie die wirklich umgerechnet werden ineinander. Oder, sprich, wir sagen hier, wir nennen das den Currency-Calculator, Kalkulator. Okay, Extends, React.Component. Und ja, ähm, was wir jetzt hier drin brauchen, ist als allererstes mal selbstverständlich ein Constructor. Der verwendet Props, wer hätte es gedacht. Und wir wollen jetzt hier drin tatsächlich den Zustand speichern. Und, was wir auch haben wollen, wir wollen, dass hier drin Veränderungen registriert werden. Das heißt, hier wird jetzt tatsächlich gerechnet. Okay. Und dieses Rechnen machen wir mit dem Zustand. Das heißt, wir schreiben uns erstmal ganz kurz den Zustand. This.state ist gleich. So. Und jetzt müssen wir ganz kurz überlegen. Oh, ja, ähm, ich sollte vielleicht hier alles richtig tippen und keinen Quatsch machen. Ähm, da muss selbstverständlich dann noch das Ding hin. So, this.state. Okay. Okay, und erstmal müssen wir natürlich hier Super Props aufrufen. Super von Props. Den Schritt habe ich gerade verschluckt. Das tut mir leid. Okay, ähm, ja. Was wir jetzt hier als erstes machen wollen, ist, wir wollen setzen, was wir eigentlich hier gerade so drin haben. Das heißt, wir sagen hier, okay, meine Currency, meine aktuelle Currency, das müssen wir ja speichern, wo der User gerade was eingegeben hat. Das ist in dem Fall jetzt, wir fangen an mit Euro, okay? Und, beziehungsweise, wir könnten es eigentlich auch einfach leer lassen für den Anfang, denn irgendwie muss der User ja draufklicken. So, und dann sagen wir hier, ähm, okay, der Value, der beträgt in dem Fall nichts. Wobei, lasst uns hier einfach in Currency direkt Euro reinschreiben und keinen Value, dann wissen wir schon, was da gemeint ist. So, sehr schön. Ähm, und jetzt müssen wir noch irgendwie Veränderungen verarbeiten und das machen wir in zwei Händlern. Nämlich einmal in this.handle.euroChange. Das heißt, darin verarbeiten wir, wenn sich beim Euro was verändert. Das machen wir in der Funktion, also in this.euroChange, äh, handle.euroChange. Und die müssen wir natürlich binden. Das heißt, wir sagen hier handle.euroChange. Punkt bind von this. Und das kopieren wir uns jetzt einmal ganz kurz und sagen hier genau dasselbe oder fast genau dasselbe machen wir jetzt auch für Dollar. DollarChange mit Doppel-L am besten. So, wundervoll. Und jetzt können wir hier tatsächlich diese beiden Methoden schon implementieren, die dann auch wirklich für eine Veränderung sorgen, zumindest innerhalb vom Zustand. Das heißt, wir sagen hier handle.deuroChange, der verwendet hier einmal eine Currency, beziehungsweise eigentlich den Value sogar eher. Ähm, und die Currency ist ja nicht gegeben. Und wir setzen jetzt den Zustand, this.setState, wir setzen den Zustand auf den Wert, den wir hier drin gerne haben wollen würden. So, das heißt, für unseren Zustand, wir brauchen als allererstes die Currency. Und die Currency, die ist jetzt, Achtung, in nicht mehr Euro, sondern in Dollar gegeben, während der Rest ist einfach als Value da. So, und ja, jetzt haben wir hier quasi den Value reingeschrieben und natürlich auch die Währung. Jetzt machen wir genau dasselbe eigentlich nochmal für den Euro, denn ja, im Endeffekt müssen wir das hier drin machen. Ihr seht, wir rechnen hier drin eigentlich auch noch nichts, aber wir wollen das Ganze natürlich als Euro haben, Handle, Euro, Change. Und jetzt können wir quasi beide Funktionen benutzen. So, und ja, jetzt müssen wir das selbstverständlich noch rendern und da passiert eigentlich die ganze Magie. Hier drin wird jetzt auch in dem Fall gerechnet. Und zwar in der Render-Funktion passiert jetzt folgendes. Wir haben einmal den ConstValue. Den bekommen wir aus this.state.value. Okay, dürfte klar sein. Wir haben die ConstCurrency. Das heißt, da bekommen wir die Currency rausgelesen. This.state.currency. Und was wir auch haben, ist der jeweils andere Wert. Das heißt, wenn wir hier jetzt folgendes haben. Wenn Scale, äh, Scale, wenn, ähm, der, die Currency, wenn die Currency gleich ist Euro, ja, dann haben wir hier gerade etwas in Euro eingegeben. Dann wollen wir die Dollar berechnen und haben die Euro fertig. Also, weil die Euro ja eingegeben wurden. Das heißt, wir müssen hier die Dollar berechnen und die Euro können wir lassen. Also, Const, ähm, Euro, ich schreibe den jetzt mal klein hier, ist gleich Value. Und ConstDollar ist gleich, das können wir ganz einfach ergoogeln, ein Dollar, äh, ein Euro entspricht aktuell gerade 1,13, ähm, Dollar. Das heißt, 1,13 mal Value haben wir hier drin. Wundervoll. Okay, nächstes ist natürlich der andere Fall und zwar, wenn wir hier, also ich schreibe das jetzt in Else rein. Wenn ihr mehr Währungen habt, müsst ihr hier natürlich mehr überprüfen. Aber wenn wir hier das Ganze nicht als Euro haben, sprich als Dollar haben, es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten, dann sagen wir hier, ConstDollar ist gleich Value und ConstEuro ist gleich 0,88 mal Value. So, wundervoll. Okay, und jetzt haben wir quasi die beiden Werte aufgesetzt. Jetzt können wir hier weitermachen, weil wir, ja, jetzt die Umrechnung quasi fertig haben und können hier tatsächlich einfach ein Return Statement reinpacken und sagen hier, jo, ähm, ist kein Thema für uns. Wir geben hier ein Div zurück. So, dieses Div, ähm, umgibt natürlich erstmal alles, okay? Also, das, da steht quasi dann alles drin. Das ist quasi unser Main Div und, ähm, ja, da packen wir jetzt den Currency Input rein. Der Currency Input und zwar der erste. Der erste Currency Input, der soll selbstverständlich mit der Currency arbeiten. Currency ist gleich, und hier sagen wir Euro. Okay, wenn das Ding Euro hat, dann wird hier immer Euro Change aufgerufen und, ja, ihr kennt das Ganze, glaube ich, jetzt schon. So, und, ähm, dann können wir hier noch den Value angeben. Value ist gleich Euro. So, das soll da drin stehen quasi. Okay, und jetzt haben wir folgendes. Wenn wir hier On Currency Change haben, also wenn sich da was verändert, das ist dieses, äh, Sekunde, das ist diese On Change. Wenn sich hier was ändert, On Currency Change, ähm, Sekunde, das ist hier definiert. Da greifen wir auf die Props zu und sagen On Currency Change. Also, wenn diese, wenn hier was sich verändert in dieser Komponente, dann soll bitte die Funktion On Currency Change aufgerufen werden. Und zwar mit dem Value von dem Target. Ja, also das heißt On Currency Change, na, was machen wir denn da? Wir geben einen Funktionspointer mit und zwar, selbstverständlich, this.handle.euroChange, weil wir gerade im Euro drin sind. So, cool, ähm, das ist eigentlich auch schon alles. Das heißt, wir können diese Komponente hier verenden oder beenden und können das nächste ganze Ding aufmachen. Und zwar sagen wir hier Dollar ist die Currency, Value, den wir angeben, ist selbstverständlich Dollar. Und On Currency Change ist this.handle.euroChange. So, wie wir hier jetzt sehen können, wenn ich das ganze speichere, dann macht mir hier erstmal JavaScript wieder mal einen Strich durch die Rechnung. Das heißt, ich muss die beiden hier Dollar und Euro oben drüber noch definieren. Das heißt, wir sagen hier, Kunst, ähm, Euro ist gleich Null und Kunst Dollar ist gleich Null. Kunst noch überall entfernen. Hier vorne dran und, äh, Sekunde. Ah, und selbstverständlich, hier unten müssen wir natürlich auch noch das ganze Ding rendern. Wir haben das genannt, Currency Calculator. Currency, nein, nicht Currency Input. Currency Calculator. So. Und jetzt habe ich schlaue natürlich hier oben wieder Konst hingeschrieben, weil wir hier, ähm, das Ganze, eigentlich dürfen wir das nicht Konst nennen. Denn wir haben ja hier keine Konstanten, weil wir sie hier unten quasi überschreiben. Okay. So, und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt können wir rüber switchen zu unserer React App und wir haben hier die Möglichkeit, die Euros jetzt anzugeben. Das heißt, wir sagen hier mal 42 Euro. Das sind offensichtlich 47 Dollar und 4, 5, 9, 9, 9, 9, 9. Gut, das Runden überlasse ich jetzt euch, okay, auf zwei Nachkommastellen zu runden. Das ist quasi auch eure Übung. Und wenn wir hier sagen, hey, wir haben aber 42 Dollar und dann ist das deutlich weniger, dann sind es nämlich nur 36, 96 Euro. Und ja, wir sehen hier, wir können beides angeben und beides ist automatisch schon für uns direkt quasi hier, ja, das war jetzt gerade Zufall. Wir müssen natürlich 1337 noch verwenden und wir sehen hier, bam, das rechnet sich live um. Und zwar direkt, sobald wir irgendein Zeichen tippen, sehen wir, wird hier sofort irgendwas verändert. Das ist super cool und ich glaube, das ist sehr nützlich. Das werdet ihr auch höchstwahrscheinlich in euren React Apps verwenden wollen. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, das probieren wir mal. Vielleicht nicht unbedingt in der Form, aber ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Erweitern. Baut doch vielleicht einfach noch was für Bitcoin ein oder für andere Währungen, irgendwie, keine Ahnung, China, Japan und sonstige Währungen, die euch so einfallen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao. . . .